Millimeter langer Rotobländer drauf, macht also 1,40 m plus Rotofost in der Mitte, also irgendwas bei 1,45 m, 1,60 m. Leistung dürfte so bei Rausage bei 5.000 Watt sein, 5 Kilowatt. Das ist das, was ich meinte. Wie ist das? Koneg. Wachstum. Kimmel kann die Batschern singieren. Tust. It's a Weg. Jeb. Wachstum. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020